Okay. Hier wird ordentlich gebaut. Der Raum ist an sich fertig. Er hat keinen Kantinenzugang. Ich weiß. Das ist belastend. Und hier hätte ich tatsächlich mittlerweile auch schon meine Gefängnistür, damit wir irgendwas zu haben. Hier machen wir auch noch eine hin und hier auch eine. Damit wir ja schon mal einen gesicherten Bereich haben. Damit die Häftlinge hier nicht rausfliehen können. Nach da oder nach hier auf die Straße. Kantine werde ich gleich hier irgendwo hinbauen. Das heißt gleich jetzt. Machen wir jetzt. Wir planen das kurz. Planung ist alles. So, wir machen hier einen Mainweg, einen Hauptweg. Der mal straight nach da führt. Meinetwegen auch eine Route nach oben. Auch an der Wand entlang. Das ist nicht störend. Und hier runter. Wände. Kantine. Das ist die Frage, wie groß willst du die machen? Doppeltor wäre schon ganz geil. Ein bisschen Symmetrie vielleicht. So, jetzt muss ich gerade selber noch mal schauen. Jetzt ist das noch eine große Kantine. Später ist das natürlich ein kleiner Platz. Da müssen wir mehr reinknallen. Oder mehrere Kantinen einfach machen. Was brauchen wir dafür? Einen Serviertisch, Tisch und eine Bank. Das sind so die groben Sachen. Deswegen gucken wir schon mal nach dem Serviertisch. Einen kleinen brauchen wir nicht. Wir wollen die großen. Die sind schon relativ dick. Eins. Jetzt kann ich die hier zählen, Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Planung. Gehen wir nach Objekte. Fünf. Groß machen wir meinetwegen hier. Können wir ein bisschen planen mit. Zack. Das heißt, hier wären die Serviertische. Ne? Meinetwegen können wir dann auch noch das auch so machen. Ganz ehrlich. Dann machen wir einfach aus Schönheitsgründen hier nochmal meinetwegen da links und rechts einen Mülleimer hin. So, dann machen wir jetzt noch Bänke und Tische. Die waren, glaube ich, vier groß. Dann können wir ein bisschen was schon mal hier vergeben. Das ist jetzt schon mal verdammt unsymmetrisch und das kann ich ja nicht leiden. Da ist der innere Monk unzufrieden. Kurz mal Pause. Vier für vier. Ich bin schon wieder verwirrt. Genau. Zack, 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 zack. Ja, guck mal. Das ist schon jetzt ziemlich klein. Ganz schön wenig Platz. Jetzt würde ich nämlich gerne doch ein bisschen vergrößern im Endeffekt und dafür ist halt dieses Planungstool unabdingbar. So ist es wiederum schon geiler. Können wir meinetwegen auch hier einen Eingang machen. So. Weiß ich nicht. Und dann können wir das nochmal kopieren. Ich glaube, ich kann es so nicht kopieren. Ist aber auch egal. Und dann wisst ihr, ne? Machen wir einfach nochmal hier Tische und Stühle hin. Äh, Tische und Bänke. Servierdinger können wir meinetwegen dann hier hinten jetzt ranklatschen. Fünfmal. Fünfmal. Dann brauchen wir auch keine Mülleimer mehr. Machen wir uns die. So, hier eine Wand, hier eine Wand, hier eine Wand. Guck mal. Damit haben wir den Raum gestaltet. Genau. Und später können wir halt so welche Kantinen oder sowas theoretisch einfach nur noch kopieren. Ne? Komplett mit Inneneinrichtungen und allem und müssen uns darum dann nicht mehr kümmern. So, Wände und Türen. Hier brauchen wir natürlich eine Gefängnistür. Muss da nicht unbedingt sein. Eine Doppeltür reicht vollkommen aus, weil Leute, die können auch einfach ganz normal hier in die Kantine rein. Da brauchen wir keine Gefängnistür. Und durch die Personaltür kommen sie sowieso nicht durch. Wenn sie keinen Schlüssel haben. Und wenn sie einen haben, dann ist der auf jeden Fall gemobst. Gehwegplatten können wir schon mal ausbauen. So, Gehwegplatten? Was ist passiert? Oh, oh, noch eine halbe Stunde. Dann sind die da. Okay, folgendes. Wir müssen natürlich ein bisschen gucken jetzt hier. Die Kantine muss natürlich auch eingezäunt sein. Ah, damn it. Machen wir erstmal hier einen Zaun hin, Objekte. Ne, Wände und Türen. Machen wir erstmal dann eine große Gefängnistür hier und hier hin. Lässt das sie trotzdem zur Kantine ohne Probleme können. Oh, das muss ja alles wesentlich schneller laufen, jo. Versorgung, Pumpwerk, zack. Boden ist mir eigentlich fast egal. Machen wir Metallboden draus. So, dann können wir auch schon mal die dicken Rohre verlegen. Große Rohre, da geht das Wasser komplett natürlich durch, logischerweise. Die kleineren Rohre sind, wenn du das halt so in Sprinkler so, äh, das Wasser verleiten möchtest, dann musst du die dicken Rohre nicht verlegen, sondern kannst die kleinen nehmen. Aber auch nur bedingt, weil die haben eine nicht so große Reichweite. Die großen Rohre kannst du überall ewig platzieren. Die hier nur bis zu einem gewissen Grad. So kann zum Beispiel, wenn wir die hier einfach ran verbinden, da kommt das Wasser easy noch hin, das ist noch nicht weit weg. Das dürfte hoffentlich auch noch reichen, weil ich mir da schon nicht mehr sicher bin. Das ist ungünstig. Vielleicht auch. Das wird auch reichen. Okay. Küche ist an sich fertig, also das Grundding. Und da müssen wir erst mal eine Küche draus machen. Wo bist du denn da? Wir brauchen auch noch Köche, ne? Das ist natürlich belastend. Wir haben kein Tagesbudget mehr, da müssen wir welche Leute entlassen vielleicht oder auf die Häftlinge einmal warten. Es ist gerade zu viel. Wir müssen ein paar Leute, es geht nicht anders. Entlassen. Sorry. Entlassen. Wir können euch immer später noch dazu holen. Drei Leute haben wir damit entlassen und holen uns drei Küche dazu. So, das wird wohl erstmal reichen zum Kochen. Wir brauchen eine Spüle. Würde ich halt am liebsten auch direkt planen, ne? Wenn ich nicht tausend Sachen am Ende umstellen muss, weil irgendwas komisch aussieht in meinen Augen. Ah, da bin ich halt ein bisschen eigen, ne? Machen wir meinetwegen hier eine Spüle hin, dann kann hier eine Spüle hin. Das war ja klar. Ah, nee, nee, nee. Das kann natürlich auch ein bisschen stilvoller sein. Dann sind hier die Spülen... Hallo? Hier die Spülen nach oben und unten, also vier Stück. Und härtend natürlich sind schon die ersten Häftlinge. Wir können sie ja blicken. Zwei, zwei. Mülleimer. Zwei, zwei. Sieht jetzt weird aus, wie ich da so einen Mülleimer hinstelle. Meine Güte. Was habe ich da wieder verzapft? Nur einfach so, oder? Es soll das auch nicht komplett eigentlich wie aussehen, aus dem Ei gepellt aussehen, finde ich dann doch. Wobei es jetzt mittlerweile hart danach aussieht, wenn ich ganz ehrlich bin. So eine Spüle braucht auf jeden Fall auch Wasser. Erd braucht Strom. So, und Kühlschränke brauchen Strom. Genau. Mülleimer brauchen ausnahmsweise dann mal nichts. Okay, Wasser wird hier... Deswegen ist das, da müssen wir das Wasser auf jeden Fall direkt ran knallen. Sprich, hier, hier, hier. Ja, ist alles ziemlich verwurschtelt, ist auch jetzt schon nicht mehr schön, aber in dieser Ansicht sind wir ja zum Glück nicht allzu oft. Und auch Strom muss direkt mit den Dingern verbunden werden. Da können wir leider nicht über verschiedene Ecken gehen. Okay. So, und damit haben wir die ersten Häftlinge. Da kommen die da oben schon. Wir haben acht Häftlinge. Da steht acht von null. Also, wir haben gar keinen Platz für die. Das heißt, wir haben acht überschüssige Häftlinge. So, und wir können jetzt auch dann schon mal, in 24 Stunden kommen schon die neun. Das sind dann diesmal sieben. Sechs normale Sicherheitsstufe, bla bla bla. Die Sicherheitsstufe kann natürlich variieren. Es gibt natürlich sehr hohe Sicherheitsstufe. Das sind schwierigere Jungs. Die machen mehr Ärger und so. Und auch natürlich können die mit einer normalen oder niedrigen Sicherheitsstufe auch eine höhere bekommen, wenn sie halt Ärger machen. Das kann durchaus passieren. Lief der Geschäftsleitung lesen. Juckt nicht. Dann ist er vielleicht weg. Einen Zuschuss annehmen. Ja, brauche ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Extra Geld, aber danke. So, in drei Minuten haben wir jetzt auch die Sicherheit schon mal freigeschaltet. Sehr gut, dann warten wir kurz ab. Sehr gut, dann können wir da gleich weiter forschen. Machen wir jetzt mal einen Satz. Machen wir gleich alles. Er macht das. Dann gehen wir jetzt immer hier nach Gesundheit. Okay. Okay, ein weiteres Büro ist halt schon im Bau. Irgendwann ist Sinn. So, Personalraum ist auch nicht unwichtig, da mal demnächst mal was zu machen. Aber ihr seht, wir haben gerade tausend Baustellen und ich weiß nicht, wo wir weitermachen sollen. Ein paar Arbeiter können wir wieder einstellen. Ein bisschen Erschlo haben wir ja. Machen wir es mal so. So. Wir haben wahnsinnig viel gebaut. Muss halt erstmal alles weggemacht werden, ne? Ach scheiße. Wir brauchen natürlich ja auch rot dann oben eine Gefängnistür. Denn wir wollen natürlich auch nicht, dass die Leute hier oben rausgehen können. Wir müssen halt schon eine relativ sichere Umgebung schaffen. So, das sind die ersten Häftlinge da. Die kommen natürlich jetzt erstmal in die Rezeption, bekommen neue Kleidung und werden gefilzt. Das sieht man an dem Lupen-Symbol hier. Wenn wir auf die raufklicken, sehen wir auch eine gewisse Biografie und so. Das ist ganz cool. Mit denen können wir dann auch nochmal spezielle Sachen machen. Aktionen. Ich kann ihnen zum Beispiel sagen, jo, du Typ, Alter, du bist jetzt in Einzelhaft für 24 Stunden. Kann ich machen, wenn ich möchte. Charakter und sowas, das werden Sachen, die wir dann auch noch erforschen oder rausfinden über die verschiedenen Leute. Das ist ganz interessant. So, da wurde schon was gefunden. Was wurde da gefunden? Unerlaubte Medizin. Da liegt es genau. Naja. Da haben wir schon auch ein erstes Gangmitglied. Das sehen wir hier an der Maske. Interessant werden. Da haben wir schon mal einen Gangmitglied. Warum auch nicht? Also Gangmitglieder gab es auch schon vor dem DLC Gangs, aber die wurden jetzt hier nochmal ein bisschen ausgearbeitet. Das ist hier Bescheid. Die sind jetzt erstmal in der Verwahrungszelle, leben hier erstmal, haben eine Toilette ohne Abfluss. Ah, ungünstig. Warum bekommt das Ding jetzt hier noch kein Wasser? Ach, weil da genau ein Rohr. Na, hier finden generell noch ein paar Rohre. Scheiße. Das dauert halt alles so lange. Jetzt möchte ich ja alles beschleunigen, aber na gut, die können sich auch nicht teilen, die Leute. Personalraum würde ich gerne auch mittlerweile mal langsam einrichten. Aber eigentlich will ich auch nicht alles so ein bisschen überfordern hier. Mein ganzes System, die sind ja jetzt schon alle überfordert, die Bauarbeiter. Aber Personalraum kann man schon mal, denke ich doch, dann einbädeln. Was brauchen wir da? Mindestens ein Getränkeautomat und Sofa. Wobei ein Serviertisch auch wichtig ist, damit die essen können. Machen wir einen Serviertisch hier hin. Jetzt geht es schon eher an die Planung, ne? Ich doch alles hier. Was soll das? Sorry für meine vulgär Sprache. Machen wir meinetwegen zwei Serviertische oder ist das too much schon? Wie groß sind denn die kleinen? Das sind nur Dreier. Hm. Ist tendenziell entspannter. Na, dann machen wir meinetwegen hier hin und hier hin. Guck mal, das geht doch. So, dann machen wir auf jeden Fall auch nochmal Bank und sowas, ne? Für uns einfach am billigsten. So. Joa. Wie mal, daumen ist das schon in Ordnung. Sofa ist auch nicht verkehrt. Mit dem Fernsehen und sowas, das werden wir alles hier gleich schon einrichten, irgendwie. Ne, hier, das sieht weird aus. Ist schon in Ordnung, so. Machen wir auf Play. So, Serviertisch, den kleinen würde ich schon gerne hier nehmen wollen. Guck mal her. Wasserspender geht natürlich auch. Das sind Sachen, die brauchen wir nicht unbedingt. Die sind nicht unbedingt wichtig hier. Aber die können halt den Luxus ein bisschen erhöhen und eventuell unser Personal glücklicher machen. Ups, das war jetzt hier nicht so geplant. So, auch mal hier, ihr seht, was alles hervorgehoben ist. Gemälde, Kleiderständer, das ist alles kein Muss. Aber es ist schon nicht schlecht, wenn es da ist. Oh, gibt auch einen kleinen Tisch. Moin, habe ich schon wieder vergessen. Guck mal, wie süß der macht, hat er doch so. So. Dann können wir meinetwegen nochmal ein Sofa hier ransetzen. Das ist sowieso wichtig, sehe ich gerade wieder. Ist klar. So, meinetwegen auch hier mit so, sag, noch einem weiteren Sofa und einen Fernseher hätte ich schon gern für den. Für die Leute hier, ein großer Fernseher ist schon ein Weg, aber es sind ja auch immer die Angestellten, die sollen sich wohlfühlen. Machen wir groß, das ist ein großer Fernseher draus. Ähm, zack, 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 eine Toilette war auch nicht schlecht, ne? Oh man, ähm, eine Toilette können wir vielleicht hier noch irgendwo unterbringen. Weil auch die müssen natürlich mal ihr Geschäft verrichten. Ihr seht, man muss an tausend Sachen denken hier. Hier sind schon die Dinger. Objekte. Naja. Gucken wir meinetwegen hier nochmal hin, zack. Dann würde ich hier die Toiletten vielleicht reinmachen. Irgendwie machen wir die aber abglänzen, so. Kann ich aber keine Türen dann vorsetzen, ne? Dann müssen die halt ihr Geschäft verrichten in der Hoffnung, dass halt keiner aus Versehen einfach die dabei sieht. Sorry dafür. Aber hier können wir gerne eine Tür machen, um das ein bisschen abzugrenzen. Türen. Da können auch eine ganz normale Tür reichen. Boden. Hier haben wir wieder eine Betonplatte, einfach damit wir es ein bisschen einheitlich auch haben. Zack, zack, zack. Und somit können wir dann hier nochmal Anschluss ans Wassernetz. So, ist das Wassernetz jetzt eigentlich mal hier fertig? Ah, das Pumpwerk braucht natürlich auch Strom. Oh Gott. Ihr seht aber, wie viel noch gebaut wird hier, ne? Guck mal, Häftlinge. Hier haben wir die ganzen Häftlinge kurz als die I-Pünktchen und da sehen wir die Mahlzeiten, wie viele wir in Mahlzeiten haben. Wir haben keine Mahlzeiten gerade. Dementsprechend können die Häftlinge auch nichts essen. Das heißt, die werden wahrscheinlich schon sehr unfreundlich. So, der Arbeiter kann jetzt hier zum Beispiel nicht rein. Arbeiter können nicht durch Zuhl-Gefängnistore. Die müssen warten, genau, bis eine Wache runterkommt und aufschließt. Die haben keinen Zugang dazu. Das haben nur die Wachen oder die Schützen. Oder halt Direktor oder sowas, ne? Wir kommen auch gerade nicht wirklich voran, leider, ne? Gefühlt. What is he loose? Mach mal hin hier. So, Personalraum ist damit. Da fehlt noch ein Getränkeautomater, ganz wichtig. Äh, sonst funktioniert der auch nicht. Machen wir den da oben hin. So, ihr seht, die Leute sind jetzt schon mal hier, machen Pause, kriegen hier Obst. Guck mal hier, guck mal an. Und Toiletten haben sie jetzt auch schon. Sehr gut. Ich hab grad was gehört. Gab schon Stress. Ich hab grad den Sound gehört, aber es ist meistens halt eigentlich Stress hier, aber gut. Bin dann doch gerade noch. Okay, manchmal, das ist leider ein Backenschlägen, blöder hier. Manchmal bricht der so diese Rohre ab. Die muss ich jetzt immer neu platzieren, weil er sie einfach nicht gespeichert hat. Ebenso hier. Manchmal ein bisschen ärgerlich. Aber wahrscheinlich, weil die Leute ein bisschen überfordert sind. Oder spielt am Eingemeinen. So, das Ding braucht immer noch Strom. Hat jetzt Strom, Pumpwerk dürfte funktionieren. Natürlich auch nur da, wo Wasser hinkommt. Und da seht ihr jetzt zum Beispiel, wir haben alle Kondensatoren, die an einem Elektrizitätszweck rangehen, drangebracht. Und das ist so die Auslastung. Wenn sie hier ist, sollten wir am besten das lassen und es nicht ganz ausreizen bis zum Schluss. Weil sonst, ne, fällt das Elektrizitätszweck aus und wir können nichts mehr mit Strom versorgen. Müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir das nicht überlasten, sondern dann einfach ein neues Werk bauen irgendwo anders. So. Wo wird weitergebaut? Sehr richtig so. Dann können wir gleich die ersten Zellen mal planen. Nachdem mal endlich die Kantine hier fertig ist, ich glaube, es hackt hier. Ich glaube, es wird Stress. Aha. Oh, Alter. Der erste ist bewusstlos. Er wurde anscheinend von ihm hier fertig gemacht. Der geht schon mal los. Geil. Und jetzt haben wir keine Reinigungskräfte, um das Blut hier wegzumachen. Und ihr seht auch langsam, der Boden wird auch langsam sehr dreckig. Und hier, weil Unkraut und sowas. Dafür brauchen wir halt, ne, den Vorarbeiter, wie der heißt. Ach, wir haben den schon. Oh Gott. Da ist er schon. Wir können nur nichts erforschen, weil wir keinen Beruf für den haben. Scheißen, Dreck. Ihr seht schon, wir brauchen jetzt verdammte Kiste. Da haben wir das neue Büro. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Machen wir es folgendermaßen. Brauche ich oben natürlich nochmal direkt eins hin. Zack, zack, zack. Objekte ist mir eigentlich an. Ne, Wände und Türen, ich vergesse das immer hier. Können wir schon mal neue machen. Hier kommt dann auch nochmal ein Büro hin. Brauchen wir ein paar von. So. Strom, das ist noch unwichtig. Und jetzt können wir folgendes machen. Schnelles bauen. Klonen. Zack. Zack. So, und damit ist jetzt alles drin einmal kopiert. Auch der Boden. Und dann wird das exakt nochmal so nachgebaut. Das ist ganz cool. Und hier wurde auch ein Stromkabel vergessen. Das ist auch geil. Okay. So langsam können wir diesen Lieferungsraum wieder weg machen. Hier haben wir genug Platz. So, und ihr seht, der Personalraum ist fertig. So gut wie auf jeden Fall. Ähm. Das ist nicht ganz richtig. Das ist hier überlappt gerade. Geben wir nochmal den Personalraum. Hier, guck mal. Er hat daraus immer einen eigenen Raum gemacht, ne? Können wir auch so lassen. Geht ja trotzdem. Das Aufrufezeichen ist weg. Haben die jetzt auch einen Zugang zur Toilette, haben hier einen dicken Fernseher und sowas. Ist doch alles ganz nett. So, Geschirr. Natürlich fällt auch an. Da müssen sich die Köche drum kümmern, aber die Spülen sind halt gerade noch nicht bereit. Zeit. Warum? Ach, weil der hier schon wieder das Rohr nicht genommen hat. Leute. Das muss hier alles besser gehen. Und ich würde sagen, wir werden auch erst mal den Vorarbeiter einstellen als den Sicherheitsberater. Weil es besser, dass wir erst mal hier ein bisschen Hygiene reinbringen können. Der wurde auch schon verletzt. Der, die Wache, sehr gut. Krankenhaus haben wir halt auch noch nicht in der Krankenstation. Das heißt, der wird da jetzt liegen bleiben. Wir können ihn nicht versorgen. Belastend. Regnet es, das heißt, es wird wahrscheinlich ein bisschen kühler. Ach, verdammt, habe ich ja gar nicht dran gedacht. Fuck. Heizung, ja. Im Personalraum ist wahrscheinlich eine Heizung auch nicht unklug, ne? Oh, habe ich ja gar nicht gerafft. Mache ich denn jetzt hier eine Heizung hin? Eigentlich fast egal. Meinetwegen neben den Getränkeautomaten ist mir... Machen wir jetzt hier ein... Nur neben dem Sofur. Das Ding ist, und jetzt kommt nämlich was in eine weitere Sonderheit. Heizkörper. Können wir nicht mit ganz normalem Wasser versorgen. Da brauchen wir jetzt Warmwasserleitungen. Soweit ich das richtig noch in Erinnerung habe. Was brauchen wir dafür? Einen Warmwasserboiler. Was heißt, dafür brauchen wir eigentlich normalerweise einen Extraraum. Weil diese Rohre... Tja, das sind nur die grauen hier, soweit ich weiß. Was haben wir denn so einen Boiler jetzt unterbringen, jo? Können wir vielleicht hier irgendwo unterbringen? Ich weiß es noch nicht. Die Heizung lassen wir erstmal da. Noch ist es nicht so wichtig vielleicht. Also ist natürlich schon ein Problem. Das Personal friert natürlich tendenziell auch und ist dann auch unzufriedener. Aber wenn wir dann mit anderen Bedürfnissen erstmal brillieren, ist das dann vielleicht erstmal zweitrangig mit der Temperatur. Das wird schon wieder dunkel. Was heißt... Aha, nächsten Hälfte kommen in zwölf Stunden. Das ist gar nicht mehr so lange. Und die Kantine ist immer noch nicht fertig. Was ein Spaß. Hier wird schon mir ein Stromkabel nicht gesetzt. Das ist gerade viel zu oft. Hier wurden drei Stromkabel einfach vergessen. Das ist hier gerade way too häufig. Aber wie gesagt, ich glaube, es liegt daran, dass wir gerade viel zu viele Aufgaben einfach auf einmal erledigen wollen und die Arbeit einfach fertig sind. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo wurde der Bewusstlose jetzt eigentlich gerade hingebracht? Wir haben keine leichten Halle, gar nichts. Genau, wo der jetzt liegt. Ach, der ist da immer noch. Der ist nicht mehr bewusstlos einfach. Entspannt. Okay. Der Raum ist endlich fertig. Hier ganz viele Betonplatten. Ich frage jetzt, was benutzen wir für einen Boden hier in der Kantine? Wollen wir den auch Parkett gönnen? Ja, komm. Machen wir das, ne? Ja, komm. So, Sprinkleranlage. Wahrscheinlich ist es nicht verkehrt. Machen wir zwei hier hin. Lampen müssen wir ordentlich verteilen, weil das ist sonst hier viel zu dunkel. Zack. Und das werden wir noch an dieses Stromnetz anschließen. Ist, denke ich, klar. Zack. Ja, das wird ein bisschen durchgewurschtelt hier alles mit den Kabeln und sowas. Das wird auch nicht ordentlich aussehen, denke ich. Das werden wir wahrscheinlich nicht so hinbekommen, aber das ist okay. Das ist okay. So, da haben wir die Sprinkleranlagen, dann machen wir da auch Rohre hin. So, äh, Kräume, können wir das schon mal zu einer Kantine meinetwegen machen? Hier fehlen natürlich Sachen, aber die haben wir schon mal, weil wir richtig klug waren, schon mal vorgeplant. So, große Tische. Zack. Und dann hier die Bänke links und rechts davon. Und dann schon viele Leute gleichzeitig ernähren. Natürlich sind jetzt acht Häftlinge oder wie viele kommen gleich noch? Sieben Stück waren das, ne? Genau, da haben wir halt 15 Stück. Das ist noch nicht, sind noch nicht viele, aber glaub mir, das wird noch explodieren mit der Insassenzahl. Das werden noch richtig viele. Und dann werden auch Aufstände gefährlich. Und für Aufstände gibt es natürlich auch Notdienste, was ihr vielleicht schon erspielen konntet. Da können wir später Luftsanitäter, Elite-Truppen und Flugfeuerwehrmänner noch holen. Dafür brauchen wir einen Heli-Platz, aber den haben wir noch nicht. Aber was wir schon mal rufen können, sind zwei Feuerwehrautos, wenn es brennt, zwei Sanitäterwagen. Ihr seht ja, ein Wagen hat vier Sanitäter, zwei davon können wir gleichzeitig holen, sprich acht Sanitäter und eine Bereitschaftspolizei, wenn es ein bisschen zu krass wird. Ja, wenn es zu krass wird, dann kann man die Bereitschaftspolizei holen. Das sind dann insgesamt 18 extra Polizeikräfte mit Schlagstöckern. Und Elite-Truppen, wenn wir die später haben, haben wir dann auch nochmal Waffen, die kommen dann durch einen Heliport. So, ach, es gibt so viel zu erzählen in diesem Spiel, aber da werden wir alles noch zu kommen. Muss ich mich auch vielleicht ein bisschen zügeln, nicht alles sofort rauszuposaunen hier. So, was fehlt in diesem Büro noch? Ein Aktenschrank und ein Schreibtisch. Die sind noch nicht da. Da kommt auch schon der erste Aktenschrank. Sehr gut. Dann werden wir schon mal einen Vorarbeiter herholen. Können wir 0 von 5 machen. Einer reicht erst mal. Ach, Tagesbudget übersteigt das. Das ist ja phänomenal. Dann werden wir erst mal dich nochmal entlassen. Sorry, Bro. Dann werden wir erst mal einen Vorarbeiter gleich. Ach so, der hat ein schön krasses Tagesbudget, ne? Unser Tagesbudget wird auf jeden Fall steigern, wenn wir neuen Häftlinge haben. Aber erst in 6,5 Stunden, ne? Tschüss. Reicht das jetzt? Der kostet 200 pro Tag und wir sind bei 199. Are you kidding me? Reicht gerade so nicht. Na dann. Ich möchte hier nichts mehr hören, ey. Du arschteurer Typ. So ein Schreibtisch wäre noch ganz geil. Und der Lagerraum ist wieder voll. Na geil. Gut, dass ich den schon mal weggemacht habe, den anderen. Wir wollen auch gerade viel zu viel auf einmal. Es ist einfach Fakt. So können die Wachen jetzt hier auch bis man am Abladen helfen. Oder auch der Lieferant selber. Geht einfach zu viel ab. Und hier steht natürlich ein kleiner Stau. Den wollen wir eigentlich nicht haben. Später werden wir auch noch Straßen, Tore und so machen. Also das wird noch sehr, sehr sicher hier. Also das ist der Plan. Wachtürme mit Scharfschützen drauf und so was. Das wird alles kommen. Hier können wir vielleicht auch noch mal Sofas oder so was reintun, ne? Damit das hier nicht so kahl aussieht. Licht ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wahnsinnig dunkel hier. Oben reicht aus. Da müssen wir nichts Neues ranhauen. So und die Kantine ist auch sicher. Ist hier umgeben von Gefängnistoren. Natürlich. Kann ich wegwerfen. Das Ding ist, es geht das Tor natürlich nicht zu. Natürlich ist das nicht sicher so. Hier ein Häftling kann über diesen Sound rüberklettern. Das ist keine... Und dann wäre er frei theoretisch. Aber wir müssen halt am Anfang jetzt gucken einfach und hoffen, dass das nichts passiert. Die Köche kochten gar nicht. Kann das sein? Wir können auch später überall natürlich in gewisse Räume noch Wachen hinzufügen und sowas. Das ist alles möglich. Kommen wir dazu. Und hier fehlt noch einmal Wasser. Wo ist das Problem? Einfach nur, weil ein Rohr gefehlt hat. Na geil. So, unser Clash-Full ist wieder erhöht. Sehr gut. Die neuen Häftlinge sind da. Ein weiteres Gangmitglied. Zwei sogar. Drei? Oh Gott. Das geht ja jetzt schon viel zu schnell. Und in 24 Stunden, also jetzt nur noch 23, kommen die nächsten. Das sind dann diesmal... What? 31? Jo, Alter, wir haben mal kurz 8, dann haben wir 7 und jetzt kommen wir als nächstes mal 31. What the fuck, Alter? Da reicht doch die Verwahrungszelle nicht mehr mehr aus. Das wird doch viel zu voll. Ist nicht so, dass ich das nicht schon tausendmal gemacht habe. Aber es ist schon sehr bedenklich. Und hier seht ihr auch jetzt, Heizkörper ist gebaut. Na, rotes Zeichen, weil wir brauchen warm Wasser dafür. Dafür brauchen wir einen Boiler, aber darum werden wir uns noch kümmern. Wir haben jetzt gerade wichtigere Dinge erstmal zu tun. Die Kantine ist immer noch nicht fertig. Ein Servietisch, wenigstens das. Komm, hau rein. Damit die wenigstens schon mal essen können, die Leute. Und hier wird schon fleißig gekocht. Die Auswahl ist ja, glaube ich, noch nicht so groß. Die Auswahl an Entspeisen können wir noch erhöhen. Das macht die Leute ein bisschen zufriedener, die einen Insassen. Aber das kommt auch noch erst.